Guten Abend und willkommen bei heute Nacht. Große Sorge um Michael Jackson, das ist das Mindeste, was man sagen kann und sagen muss. Der King of Pop wurde mit Atemstillstand in dieses Krankenhaus in Los Angeles gebracht. Er sei tot, wurde inzwischen sogar auf einer Internetseite gemeldet. Andere Quellen sprechen dagegen vom Koma. Offiziell bestätigt ist nichts davon. Nach Medienberichten soll er allerdings nicht mehr geatmet haben, als Sanitäter ihn in seinem Haus fanden. Noch vor Ort seien Wiederbelebungsmaßnahmen eingeleitet worden, heißt es. Melanie Hillmann ist uns telefonisch aus Los Angeles zugeschaltet. Was ist über den aktuellen Gesundheitszustand Michael Jacksons bekannt? Aktuell kann man sagen, alle machen sich Sorgen. Es ist tatsächlich vermeldet worden auf mehreren Internetseiten, dass er bereits gestorben ist. Wir sind vorsichtig mit der Meldung. Wir haben jetzt vorhin von einem angeblichen Arzt gehört, dass er nur im Koma liegt. Und noch im Koma liegt. Er ist noch nicht tot. Das sagt zumindest ein Arzt. Eine Kollegin von mir von einem amerikanischen Network hat mit dem Vater Joe Jackson gesprochen. Der sagt, Michael Jackson geht es wirklich sehr, sehr schlecht. Eine große Comeback-Tour stand ja eigentlich an, wurde aber gerade erst um wenige Tage auf Mitte Juli verschoben. Angeblich soll Michael Jackson selbst sogar Zweifel geäußert haben, ob er körperlich fit genug für diese große Anstrengung sei. Kommen also die Gesundheitsprobleme mit Ankündigung? Mit Ankündigung kann man vielleicht sogar fast unterstreichen, weil Michael Jackson immer wieder Probleme hatte mit Tablettenmissbrauch. Er war grundsätzlich sehr angeschlagen, nicht nur damals bei dem Gerichtsprozess vor drei Jahren, sondern auch in der letzten Zeit immer wieder mal im Rollstuhl gesehen worden. Warum es jetzt zu einem Herzbildstand kam, andere sprechen von einem Herzinfarkt, das wissen wir wahrscheinlich erst in wenigen Minuten oder vielleicht auch erst in wenigen Stunden.